Ja moin moin liebe Sportsfreunde, Faust ist hier wieder am Start bei Miscreated und der Würdern winkt hier schon dem Nexus zu. Hallihallo. Nexus redet heute nicht viel. Hallo. So, wir waren jetzt hier in der Sackkasse und letzte Folge haben wir gesagt, gehen wir hier links die Straße jetzt weiter und gucken wo uns der Weg hinführt. Ich weiß nicht, wie lange sollen wir weiter farmen, bis wir mal dann anfangen auch irgendwas zu bauen. Ich würde schon sagen, dass wir uns jetzt irgendwo mal eine Stelle suchen sollten, wenigstens mal mit Lagerfeuer, aber dafür brauchen wir Steine, wie kriegen wir Steine? Ja, das ist eine gute Frage, müssten wir, das weiß ich nicht. Kann man ja vielleicht irgendwie aufsammeln oder so. Mir ist noch nicht aufgefallen, dass man da was aufsammeln kann. Kannst aber durch die Wiese laufen und gucken, ob da irgendwie was aufploppt. Am besten in Third Person, dann sieht man ein bisschen mehr, weißt du? Ich gehe sowieso immer in der Sicht. So, der Würdern geht da, der Nexus. Ey, hier sind schon wieder Schuhe. Geht der nicht? Aber so normale Schuhe halt. Gehst du dann in das Haus rein, Nexus hier, oder nicht? Nee, nee. Aber kann man die vielleicht auch machen? Da waren wir ja drin, ne? Ach, da wart ihr schon. Geht jetzt mal hier zu so einem dicken, fetten Stein hin und kloppt da mal ein bisschen drauf rum. Mit der Axt vielleicht vorhauen. Sagen wir mal, ich komme mal rum mit der Axt. Also passiert nicht wirklich was. Nee, kaputt machen kann man die auch nicht. Macht auf jeden Fall Geräusche. Ja, aber ich... Nimm mal den Hammer, vielleicht kann ich damit ja was abkloppen. Hä, ich kann jetzt nicht mehr zielen, ey. Das ist ja doof jetzt. Wie kannst du nicht mehr zielen? Mit dem Gewehr. Irgendein Bug oder so. Ich sammle auf jeden Fall Holz auf, wenn ich hier vom Baum haue. So, jetzt ist... Ach nee, edit in inventory. Stack it. Ach so, der sagt hier sogar, ob stackt. Also fünf, äh, ja, Holzblöcke gehen auf ein Stack. So, jetzt ist Inventar voll. Ich glaube, zehn, zehnmal Holz. Gut. Können die Sachen eigentlich auch kaputt gehen? Haben die eine Haltbarkeit? Wo seid ihr denn jetzt? Ja. Ach, da hinten. Ah, cool. Einmal Wood. Wo hast du Wood? Wood Floor. Panel. Holzmehl? Also Sägemehl? Nee, Panel. Panel ist... Äh, so eine Planke oder was? Brett? Oh, scheiße. Was hast du gemacht? Ich hab aus... Da wird geschossen. Ja, ich hab aus dem Sinn geschossen. Mist, ey. Und ich hatte eh nur drei Patronen. Boah, hat das noch... Campfire. Ja, ja, Rock. So, Struktur. Das heißt halt nicht, wie man Holz... Ach, äh, Stein abfarben, weil irgendwie musst du das ja auch können. Musst du wahrscheinlich eine Picke finden, ne? So, warte mal, wir brauchen für... Das kann natürlich auch sein, ja. Ach, guck mal, hier gibt's Brücken aus... Aus, äh, Holz. Und dann gibt's noch... Ah, hier gibt... Ey, warte mal. Wie heißt es? Plattforms. Was ist denn Lumber? Lumber? Also... Was ist denn Lumber? Lumber ist doch auch... Ist doch Baum, oder? Ist doch aus dem Holzscheit, würde ich sagen. So ein... Gönster Baum klumpen, oder was? Also ich hab 10 mal Wood Lock. Also hier in der Tankstelle ist auch noch Soda und alles. Wird hier schon weitergegangen. Noch mehr... Handschuhe. Besser gerade rumgelaufen. Ähm, Mais oder so. Ja, ja, ich hör nur Tankstelle. Ich will ja nicht, dass wir uns hier verlieren, ne? Ja, ich bin hier auch nur in der Tankstelle, die ist ja gleich nebenan. Äh, wir sind jetzt auch da. Ich hab jetzt aber noch nichts eingesammelt von dem Zeug. Ja, ich hab jetzt auch 10, äh, 10 mal Holz. Mit der kleinen Axt konntest du auch Holz. Ja, ach guck mal hier, get real. Also man kann auch die Räder hier aufheben, wofür auch immer die gut sein sollen. Fürs Auto halt. Ach, man kann also auch ein Auto bauen. Wird wohl so sein, ne? Ja, gut. Also hier ist auch wieder eine Autobatterie. Äh, und vielleicht... Vielleicht kann man das nicht unbedingt bauen, aber man kann ja auf jeden Fall wahrscheinlich. Äh... Dann... Oh, ich hab, äh... Snap, hier ist also hier so... Äh... Wie heißt das? Samen oder sowas für, äh, Bone? Ja, ich würd erst mal, äh, drauf beschränken. Also scheiß mal auf Autoparts. Ja, würd ich auch sagen. Ich hab auch nichts. Wir müssen erst mal gucken, dass wir eine Bude machen und vielleicht eine Kiste und... Hier sind auf jeden Fall nochmal Handschuhe, wenn einer braucht. Ja. Ne, ich hab welche. Also, bei Other, was ist bei Other? Large Fat Can't. Ach so, Kirsten. Ich geh jetzt mal hier hinter der Tankstelle in den Wald ein bisschen gucken. Ja, bei Strukturen kann ich... Ach ne, hier. Sandsäcke. Äh, Autoreifenstapel. Ach, hier bei Wood geht's Shelter Wall Panel. Okay, Wood Floor Panel. Ach, hier kann man auch noch unten. Wood Floor Panel. Oh, ich hab, ich hab da ein... War das ein Stein? Nein. So gar nicht. Aber wie machen wir Lambas? Lambas ist für mich ein Holz... Äh, wie so ein Baum, sondern ein ganzer, oder? Ja, genau so. Wie so ein Holz Scheit plus ganz halt, ne? Weil hier ist ein Aussichtspunkt. Weil Wood Lock... Wood Lock used to crafting. Aber aus den Wood Locks alleine kann ich jetzt nichts machen, hab ich, glaube ich, das Gefühl... Wo bist du denn? Bist du auf der Straße? Ich? In der Tankstelle, Eingang von dem Gebäude, du standst gerade noch vor mir. Oh, wir sind Eichhörnchen. Ja, Kevin. Wooden Floor Panel, Wooden Floor Panel. Du brauchst für alles Wooden Floor Panel. Äh, nee, Wooden... Ah, war da, hier. Lumber mache ich aus zwei Wood Locks. Ah, da mache ich jetzt mal. Crafting. Nochmal Crafting. Ja, sauber. Nee, für Wooden Floor Panel brauchst du zum Beispiel zwei Lumber. Ja, ich habe jetzt drei Lumber. Also, aus zwei Wood Locks kriegst du einen Lumber. Und dann kann ich jetzt hier, was weiß ich, hier gibt es noch Shelter, Wall Panel... Ey, gibt es ja schon ein bisschen was, ne? Ich mache jetzt erstmal die Lumbas weg, ne? Erstmal spare ich damit Inventarplatz und die brauchen wir sowieso später. Ja, versuch doch mal irgendwas zu craften. Ich habe jetzt fünfmal Lumber. Also, irgendein Holzteil für Gebäude oder so. Furniture ist das, äh... Ja, ich weiß nicht, was das heißt. Wooden Floor Panel. Äh, b-b-b-b-b. Wo gibt es denn Panels? Unter welchen Min... Unter Plattformen? Osser? Auch nicht. So, die Hose. Iki-Touch Torch. Wo seid ihr denn? Ach, da. Ich suche jetzt Wooden Floor Panel, da. So. Und jetzt Plattform. Könnte jetzt ein 0x4x4... Warte mal. Ach, ich brauche dreimal Wooden Floor Panel. Und ein Lumber. Okay, ich brauche mehr Holz. Aber... Ach, scheiße. So, wo war das jetzt nochmal? Unter... Unter... Du hast dein Holz verloren. Ja, ja, ich weiß. Ich habe das auch mal eben kurz ge... Crafted. Äh... Wie viel Holz brauchst du denn? Ich habe hier nochmal 5 Lumber. Ah, die Wooden Floor Panels lassen sich leider nicht stacken. Das ist schon mal scheiße. Äh, wie viel Platz hast du noch? Kann ich dir die Eisenpfeile geben? Ja. Dann hebt ihr mal auf. Hab ich. Dann gib mir noch... Was kannst du mir ein Lumber geben? Äh, 5. Dann gib mal bitte. Jo. Hab ich hingelegt. Äh... So, habe ich. Ach, guck mal. Ich habe sogar Gewichtsanzeige da oben. Ja. Wooden Floor Panel. Ach, das... Ah, Platz bedingt. So, warte. Aufgehoben. Und jetzt kann ich eine Plattform, eine 0x4x4, drei Panels habe ich und ein Lumber habe ich. Könnte auch eine 1,3x11 Plattform, 1,3x... Ach Gott. Ach, das eine ist nur niedrig, ne? Komm, ich mache das jetzt einfach mal. Kostet ja nichts. Bisschen Holz da. Ja, ist ja schnell wieder rausgeholt. Ja, eben. Also, ich brauche definitiv für so einen Scheiß mehr Platz, also einen Rucksack. Also, ich würde sagen, bevor wir uns irgendwo niederlassen, guck mal, dass jeder einen Rucksack hat. Ja. Ja, ich brauche noch einen Close, dann habe ich schon mal das Seil. Also, drei Close habe ich halt. Also, Racks, weißt du? Wenn ich jetzt noch eins mehr habe, dann kann ich mir schon mal ein Seil craften. So, hier kann ich es nirgendwo hinsetzen. Ich habe das jetzt gerade so vor mir, es schäbt gerade so vor mir, aber hier ist aber überall rot. Ja, wahrscheinlich hier so auf den Straßen und so weiter, wirst du es wahrscheinlich nie bauen können. Ja, wahrscheinlich. Und wenn du hier auf die Wiese gehst? Naja, auch alles rot. Okay. Da kannst du vielleicht sogar in den Städten nicht bauen. Ja, das kann natürlich auch sein. Weil hier habe ich bis jetzt auch noch nicht nirgendwo irgendwas gesehen, was gebaut worden ist. Ja, hier ist wieder ein Dings. Pinecrest, Brightmoor und wo... Ach, dann ist es die Tankstelle, wo ich war vorhin. Hier haben wir uns getroffen. Wir sind einmal im Kreis gerannt. Ja, würde ich sagen, guck mal, dass wir nach Pinecrest kommen oder so. Die nächste Stadt mal durchgehen. Und irgendwo werde ich ja wohl gleich einen Platz finden, wo ich diese Scheiße hier setzen kann. Dann bin ich sehr wenigstens los. Aber muss ja gehen. Wenn wir aus der Stadt raus sind, vielleicht. Ich rauf jetzt einfach mal mit dem Ding hier vor der Nase hier rum. Ich renne mal ein bisschen abseits von der Straße, um mal zu gucken, ob ich irgendwo Steine entdecke. Guck mal, hier liegen so ein paar Einzelne, aber die kann man nicht aufheben, ne? Nein. Weiß ich nicht, frage ich dich. Ich kann jetzt sowieso nichts machen, denke ich mal, weil ich die Plattform von mir her streben habe. Ich kann hier gar nichts aufheben. Ne. Ja, leider nicht. Ich nehme mal an, dass wir dafür eine Picke brauchen. Ja, oder irgendwie sowas. Ich meine, die sind ja überall Autos, ne? Ich meine, diese hier sind jetzt ganz zerstört, ey, und so. Aber vielleicht findet man irgendwann schrottige Autos, die nicht ganz so krass kaputt sind. Ey, ich habe hier in dem Auto ein T-Shirt gefunden. Ja, geil, mach kaputt und dann hast du doch deinen Seil schon mal. Ja. Ein pink T-Shirt with a logo on it. Ein geilen pinkes T-Shirt. Bei HNZ1 ist das ja auch so. Da gibt es einfach, gibt es einen ganzen Arsch voll kaputte Autos und ein paar, die lassen sich halt looten, ne? Ja. Also nehmen und fahren halt. Ja, und hier musst du sie vielleicht noch wieder fit machen, weißt du? Deswegen halt vielleicht die Reifen, Autobatterien und Sparkplugs und so, also Zündkerzen. Aber ich habe das jetzt mal abgebrochen, die Plattform zu sitzen. Da hinten ist eine riesengroße Wiese, da gehe ich nochmal hin. Aber wir bleiben auf jeden Fall straßen näher, ne? Und mach Taschenlein ein paar an, damit wir uns gut finden. Hier ist ein Fahrradhelm. In den ganzen Autos ist immer was drin, ey. Ich habe mich da vorgestellt. Hier ist ein Motorradhelm drin. Ich kann das halt alles gar nicht mehr nehmen. Ja gut, ich habe jetzt zwar noch einen Platz, aber Motorradhelm, Fahrradhelm brauchen wir jetzt noch nicht wirklich, oder? Ne, also ich würde sagen, wir müssen schon gucken, dass wir jetzt an Taschen noch rankommen. Und dann fangen wir an, uns irgendwo niederzulassen. Aber was mich wundert, wir sind jetzt hier in der vierten Episode, ne? Dass wir noch kein einziges von diesen scheiß Viechern gesehen haben, ne? Ja, nur würde dann in der, äh, dem ersten Anfang, ne? Also ich habe ja... Da ist die Straße weitergelaufen, ja, ne? Ja. Ja. Wir sind ja, ich bin nur in der Kurve jetzt von der Straße. Ich habe ja schon das nächste Ortsschild hier. Ja, links müssen wir jetzt, also jetzt sind wir da, wo ich gespawnt bin. Ey, geradeaus geht das Airfield. Und Airfield ist bei so, äh, äh, Spielen immer sehr, äh, Loot begabt, äh, hier, oder wie soll ich das nennen? Aber da gibt es immer viel Scheiße. Sollen wir nicht zum Airfield latschen? Ja. Ja, würde ich auch sagen. Dann kommen wir auch noch an der Stadt vorbei, so wie ich das jetzt gerade sehe. Nee. Vielleicht, obwohl ich, ich, ja, da sind wir, glaube ich. Ach, da sind wir hier. Das ist Pinechast, ah, okay. Ja, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich auch, wo wir vorhin hergelaufen sind, Faust. Ah, okay. Ich habe eine ganz andere Ecke geguckt auf der Karte, ich weiß es jetzt auf jeden Fall. Äh, ist noch nicht mal so weit weg. Dann weiß er jetzt, wo das Airfield ist, ne, wie lange wir noch laufen. Ja, also das ist nicht viel länger, das ist nicht viel länger jetzt als der Weg bis hierhin von, äh, Sultan. Na gut. Würde ich sagen, guck mal, wenn wir das Airfield erreicht haben, die Folge auch abschließen. Ja. Weil es ist dann eh dunkel. Ja, das auch. Wir müssen auch mal schauen, wie wir das in Zukunft machen werden. Licht hier denn? Hier liegt eine Wasserflasche. Ja. Nimm. Also wir müssen mal eh gucken, wie wir das in Zukunft machen, ob wir mal auch Aufnahmen machen, wenn es hier dunkel ist. Weil der Tag war jetzt schon lange, ne, wir sind jetzt in der Session ja gut anderthalb Stunden voran und es war nur Tag. Also die Nacht wird dann, also wenn wir uns dann beschließen, mal eine Aufnahme zu machen und dann ist es Nacht, dann kann man eine Stunde warten. Oder so. Müssen wir mal gucken. Ja, mal gucken. Wie, vor allem wie dunkel es wird in der Nacht. Vielleicht ist es in der Nacht ja gar nicht so schlimm. Ja, ich meine mich zu erinnern, dass es Nacht schon so ultra richtig dunkel ist. Aber wenn wir mal ein bisschen Base haben und Lagerfeuer, man kann Kerzen machen und so, habe ich gesehen. Wenn wir da was haben, dann können wir in der Nacht ja auch durchmachen, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, zumindest ein bisschen craften und so weiter, beziehungsweise auch ein bisschen Holz sammeln oder so. Sowas geht ja eigentlich immer. Hier ist ein Bauernhof oder so. Oh ja. Aber Bauernhof ist eigentlich immer gut für Essen, ne? Jo, keine Ahnung. Aber wo wollt ihr da hin, oder? Ich sehe nicht. Ja, nicht unbedingt. Also ich bin jetzt fixiert aufs Airfield. Und dann in der nächsten, nächsten, das wäre in der nächsten Folge das Airfield wieder looten. Ich weiß nicht, was das da bedeutet. Also ich habe hier ein Zeichen. Das sieht aus auf der Karte wie eine Mine. Ja, ich weiß, was du meinst. So, das müsste hier rechts sein. Irgendwo. Das kann natürlich auch der Bauernhof sein, ne? Oder das ist der Bauernhof, weißt du? Ja, ja. Aber das Licht, das sieht schon so geil aus, der Lichtfall hier von der Sonne. Ja, das sieht auf jeden Fall geil aus, ey. Also man sagt ja auch, oder viele sagen hier, miscreated ist so, die Alternative zu Dayset Standalone. Also meiner Meinung nach sogar das Beste ist. Wir müssen jetzt links und dann runter, aber ich gehe einfach hier geradeaus durch. Ja. Okay. Durch den Wald. Dann kommen wir automatisch wieder auf die Straße, weil die Straße da so einen Knick macht. Ja. Sieht aus, als würde es hier bergab gehen. Ein wenig wahrscheinlich. Deswegen wird da wahrscheinlich auch so ein Knick drin sein. Genau. Aber dann lassen Sie sich jetzt erstmal hier unten auf dem Nexus warten. Ich bin eigentlich jetzt auch direkt hinter euch. Und da ist auch schon das Airfield. Na gut, Ladies. Dann komm. Dann lassen wir hier sammeln. Ey, wollen wir da auf den Turm gehen? Ja, genau. Ja, okay. Ey, hier sind Schuhe. Bandana und Handschuhe. Ah, hier sind bestimmt auch andere. Airfield ist bestimmt beliebt. Ja. Also wir, ne, klar, der Server ist zwar ein PvE-Server, aber wir müssen vorsichtig sein, ne? Das könnte ja trotzdem... Also wenn ich mal so überlege, du hast mich angeschossen oder eher gesagt, äh, angegriffen kurz mal einmal, ne? Da hab ich ja auch Schaden gekriegt, ne? Ah ja. Also es könnte gut sein, wenn andere Spieler da sind, dass die dann auch mal die Waffe zücken. Definitiv. Davon würde ich sogar ausgehen. Davon... Also davon musst du ausgehen. Ach Mist, da komm ich gar nicht hin. Hier ist ein Zaun. Ach jo, dann müssen wir hier durch. Dann da hoch. Ey, hier ist ne Knarre. Will einer von euch die Knarre? Gerne. Und Patron. Okay, hab. Ja gut, Leute, aber ich würde sagen, wir sammeln uns jetzt mal hier und dann machen wir erstmal Schluss für heute. Und dann werden wir in der nächsten Folge hier die Bude mal looten und rocken. Ja, bleib doch mal stehen. Achso, wir gehen jetzt doch mal da hoch. Wir wollten da hoch. Okay. Aber du kannst ja trotzdem schon mal anfangen, langsam abzumoderieren. Das ist ja kein Problem. Nee, jetzt warte ich bis ich oben bin. Ich will auch eine neue Knarre. Hier war ein Messer eben. Unding Knife. Okay, Ladies and Gentlemen. Also bis hierhin hat mir das Spiel echt schon gut gefallen. Und ich hoffe, Leute, ihr guckt fleißig zu und wollt dabei bleiben. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo. Abo auch bei den anderen zwei. Link zu den Kanälen findet ihr natürlich unten. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, wenn es heißt, er will leer looten. Bis dahin würde ich sagen. Ciao. Tschüss. Haut rein.